Ja, Kall ist mal wieder am Start und heute ein neues Live-Kommentary Und ja, wer mich auf Facebook geliked hat, der weiß, dass heute immer World at War dran ist Also Call of Duty 5 Und ja, falls du ja auf dem neuesten Stand immer sein wollt und so, like mich auf Facebook Link ist unten in der Beschreibung Und ja, noch nie vorher gespielt, Level 1 Und mir ist gerade so aufgefallen, dass hier nicht wirklich viele Leute irgendwie spielen Hier 0 Spieler, 34, 0, 0 Ja, gehen wir mal Team Deathmatch rein Und gucken mal, was da so abgeht Ich hoffe, der findet überhaupt ein Spiel, mal sehen Und ja, das ist mein allererster Spiel Ich hab vorher World at War noch nie gespielt, keine Ahnung Ab und zu mal ein paar Videos gesehen Ah, kleine Kinder Ah, okay, du kannst mal schön die Schnauze halten Wie kann man die Leute hier auch stumm machen? Gar nicht Na gut, auf Roundhouse Team Deathmatch auf Roundhouse Ich glaube, das ist so eine Map, wo man so einen Panzer fahren kann Meiner Meinung nach Habe ich mal so auf YouTube gesehen Mal gucken Ah, er lädt ganz schön schnell Ja, wie man ja von World at War mal hört, dass da viele hacken Ich hoffe, ich hab jetzt hier keinen Hacker dabei Leichter Schütze, die Thompson schützt vor Tabungas Ja, machen wir mal hier die Ah, da ist das Grandpanzer, genau Hoffentlich überfährt er Äh, was war denn das jetzt hier? Across the Map, ja Aha Okay, ich muss mal gleich mal ein bisschen Die Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen Der gar nicht Zu sieben So, das Aimen ist schon mal ein bisschen anders hier Äh, ja, okay, der hackt Nein, Spaß Okay Ausrede für schlechte Spielen ist jetzt, dass der hackt Na, haben wir Geist hier oder Appentäter Ähm, wenn ich jetzt gegen die Drohne Unsichtbar, naja Kann man nichts machen Da oben ist er Äh Ah, ich hab ihn gekehlt Das wird gar nicht angezeigt Und Taktik hab ich ja auch nicht drin Mein Gott, nee Äh, Stickbelegung Postenbelegung Taktik Jawohl Äh, der hat Gottmood drin Meiner Meinung nach Ne Zeitüberschreitung, okay Ich spiel mal ein bisschen defensiver Gucken, was hier abgeht Ach, okay Was hat der jetzt gemacht? Alles dieses Snipergewehr, ne Ja Okay Ich will jetzt hier nicht unnötig sterben Ey, die sind ja mit Die sind ja mit einem Schuss Das ist ein One-Shot Jawohl Fördert So muss es sein, Jungs Spionageflugzeug Mörser Ich hab gerade geschossen Das heißt, die müssten mich eingesehen Alter, was geht denn hier ab? Was geht los da rein? Zack, zack, alle weg Ach, scheiße Hätte ich mal eine Granate geworfen Okay, okay, okay Das ist also C4 Aha So, jetzt ist mein Fernseher gerade ausgegangen Ich glaub, bei euch leckt's auch Gut zu wissen Ja Toll Okay Wo sind sie hier, die Schweine? Das sind Coil Ja Granaten werfen wir mal Across the map hier Wo sind sie? Junge, schon wieder ist mein Fernseher ausgegangen Aber was soll denn die Scheiße? Im Moment hab ich immer so ne Probleme Dass mein Fernseher ausgeht Ich weiß nicht wieso Ich glaub ich, das liegt an der HD-PVR Liegt nicht mal an dem Fernseher Okay Okay, sie haben ihn ausgeschaltet Ist ein bisschen ungewohnt Dadurch, dass es da unten steht Dass ich ihn ausgeschaltet habe Oh, einer hat Ghost drin oder so Ey, was war das denn jetzt? C4 oder was? Ey, so ne S-Miner Bouncing Betty Ich glaube, im Hintergrund rauscht Ist wieder so wie bei meinem ersten Commentary Muss ich auch mal wieder gucken Mein Laptop steht meterweit weg Also daran kann's nicht liegen Rocknode oder was? Oder was? Wie sieht's aus? Wie weit werfen die denn die Granaten? Jetzt mal im Ernst Also Werfen wir ja weiter als Mann, ey Ich krieg's kotzen, Alter Warum dieser scheiß Fernseher ausgeht, Mann Okay, mein Aiming schon wieder Ja Ah, schön Du machst Hardscope hier Will keiner sehen So, jetzt werden wir schon Oh, Mark Krusten Okay, bei mir fliegen wir nicht so weit, oder was? So, das ist die Spezialgranate Ey, komm, Junge Komm Alter Du kleiner Pisser 9 zu 8 Okay Extrem schlecht, extrem schlecht Aber Was soll man machen? Anfänger Halt nicht ausgeschaltet Scheiße Was sind denn hier die ganzen Lacker? Sind's dann? Komm raus hier Ja, ich krieg das kotzen Okay, jetzt reicht's, Alter Ich brech gleich diese Scheiße hier ab, Mann Jawohl Befördert's Hä Assist oder was? Was geht denn mit dir ab? Ja, Hitmarker Ja, weg ist Weg ist Weg ist er Unsere Unsere Aufklärungsflugzeug Aha Ja, schön Spaß Okay, okay Ich weiß gar nicht, ob wir gewinnen Nee, wir verlieren gerade Hier ist ein Panzer Können wir mal einen Panzer einsteigen? Oh Ah, schieß doch mal, Junge Ich weiß gar nicht, was hier abgeht Mit dem Panzer Um ist einer Warum schießt denn der nicht? Okay, schieß doch mal, Junge Ah, scheiße Hätte ich Doppelkill sogar geschafft Hätte ich die andere Waffe gehabt Mein Gott, nee Gut, Jungs Jetzt müssten die hier hinten kommen Wir sollen mal Deutsch lernen, der Kommissator hier Unsere Aufklärung Alles anstrengend hier Wo war er da? Den habe ich gekehlt Okay So Nachhaltung ist der Map Und da passiert ja nichts Schade, schade Braucht man so einen Mörser haben Jetzt kommen jetzt so eine dämlichen Hunde Nein, oder? Bitte nicht, Jungs Bitte nicht Bitte nicht diese scheiß Hunde Okay, die sind nicht so aktiv, die Hunde Hier gibt es ja auch erst auf der 7 Nein, nein Ihr Fotzen Fickt euch Fickt euch Ne, jetzt wird mich so ein Scheiß Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade jemanden kille Weil mein Fernseher wieder ausgegangen ist Oh, ich habe sogar Ohne hinzugucken, habe ich was gesehen Ja, oder ohne hinzugucken, habe ich hier den Killpult Ja, mein Fernseher geht alle 3 Sekunden aus Mann Beide sind sie Level 3, wenn ich 1, 10 zu 11 Naja Kann man ja schon mal lassen, ne? Boah, wir haben auch noch gewonnen, Alter Das gibt es doch gar nicht Und Klasse 4 Jawohl, so muss es sein Gut Ja, äh, liked mich auf Facebook Und Deutsche Aha, Deutsche Und bin ich nicht im deutschen Team Ja, egal Ja, liked mich auf Facebook Und Positiv bewerten, negativ bewerten Wie auch immer Macht's gut Haut da rein Und Ciao Ciao